Ich bin absolut heimatverliebt. Ich liebe die Felder und die Wiesen hier bei uns in der Region. Unsere wunderschöne Natur finde ich wirklich sehr wertvoll. Mittlerweile arbeite ich auch seit knapp 40 Jahren bei der Raiffeisen Volksbanker Schaffenburg und durch viele Kontakte und Beziehungen kenne ich auch wirklich viele Leute hier in der Region. Und ich freue mich immer auf bekannte Gesichter zu stoßen und gemeinsam in Kontakt zu gehen. Ich liebe es auch, die vielen Veranstaltungen und Feste hier in der Region zu besuchen, gemeinsam mit den Menschen Freude zu haben, sich miteinander zu freuen, zu tanzen, zu lachen. Ja, eine starke Gemeinschaft finde ich in der besonderen, schweren Zeit, die wir hier heute auch aktuell erleben, auch besonders wertvoll. Ich bin heimatverliebt.